Als ich gehört habe, dass der BVB Interesse zeigt, war das ja auch von meiner Seite aus ein Wunsch, mein Favorit Nummer eins, sage ich mal, hier zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Als ich gehört habe, dass der BVB Interesse zeigt, war das ja auch von meiner Seite aus ein Wunsch. Mein Favorit Nummer eins, sage ich mal, hier zu spielen. Ist genau wie der FC, ein Traditionsverein, ein Riesenverein, hat Ambitionen in der Champions League zu spielen immer. Und ja, wie gesagt, all die Jahre gegen den BVB auch gespielt und immer wieder was Besonderes gewesen, auch hier zu spielen, gegen euch zu spielen. Aber jetzt natürlich umso schöner hier hinter den 80.000 am Rücken zu spielen, ist natürlich was ganz Besonderes und ich freue mich drauf. Ich bin eher der Typ Kämpfer, ich sage mal, der auch mal reingeht, wo es wehtut. Ja, wie gesagt, ich versuche immer alles zu geben für den Verein, für den Erfolg. Und ich glaube, das zeichnet mich einfach aus, dass ich, wie gesagt, auch mal Gegnern wehtue und zeige, wo die Grenzen sind. Und ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit und versuche schnellstmöglich fit zu sein und den Fans zu zeigen, was ich drauf habe. Ich habe die Chance einfach bekommen, hier mich mit sehr, sehr guten Spielern zu messen. Und ja, wie gesagt, das versuche ich dann einfach auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, vor allem der Derbys jetzt, dass Schalke auch aufgestiegen ist, ist, glaube ich, auch für den Verein immer was Besonderes, die Derbys dann für sich zu entscheiden. Und ja, ich freue mich einfach auf die Zeit und versuche den Gegnern, ja, die Grenzen aufzuzeigen. Ja, ich glaube, persönliche Ziel ist es, ja, einfach meine Spiele hier zu machen, zeigen, was ich drauf habe, wozu ich in der Lage bin. Und ich glaube, mit dem BVB haben wir jetzt intern das jetzt nicht so besprochen, aber ich glaube schon, dass der Verein sehr, sehr hohe Ambitionen hat und versucht, ja, wie gesagt, in der Champions League, denke ich mal, so weit wie möglich zu kommen. Und auch, ja, wie gesagt, den Bayern es schwer zu machen. Und ich denke, ja, mit dem Team wird es auf jeden Fall nächstes Jahr, ist auf jeden Fall nächstes Jahr was drin.